Das Ding drin ist noch voll. Die Hüte ist aber zu der Karin. Hier, diese Tür muss nachher noch auf ein, dann gibt es die Technik für den Abend drin. Das sind die linke Tür. Aber das ist nur schicken. Das ist nur schicken, dann helft es nicht. Das ist jetzt nicht einfach. Dann haben wir ja auch wahrscheinlich die Schließen halt noch. Weil das Zeug aufbaut. Das ist die letzte Tür. Das ist das andere. Das ist das am Hof. Das ist die Hüte. Das ist die Hüte. Warum ist das so schön? Okay, lange liegt. Geh dir, kannst du Dingskisschen machen? Ich hab letztens Bandora geguckt auf TVD. So, Brille raus. So, Brille raus. Hey! Ey, die Brüder, Pfeil! ... ... So, jetzt wechseln wir die zweite ZD-Reihe, damit das ZD-Reihe weiterlaufen kann. Schnürsenkel Nummer 2 wird aufgelegt. Schnürsenkel, jetzt geht es gleich rein. Jetzt lassen wir einen neuen Schnürsenkel, zwei noch weg. Tut mir leid, zwei Projektoren kommen, ich kann nicht leisten. prepared. Teil Empire Strikes Back Ebene. German? German, German! Ja, es konzentriert sich auf manche Leute, die Restbestände anfüllen. Es fließt drauf zu. So, jetzt wird die DVD wieder zurückgespult.